. So, herzlich willkommen zur Opening-Bell. Und wir verlieren keine Zeit, sondern springen gleich rüber nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Der DAX heute, tja, so, ich weiß nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, also so richtig nach oben geht's auch nicht. Also irgendwie gepflegtes Abwarten angesagt. Ja, irgendwie schon gepflegtes Abwarten, aber ganz ehrlich sind wir mal froh drum, dass wir nicht an die Entwicklung anknüpfen, die wir gestern gesehen haben. Denn da ging es ja ordentlich nach unten. Am Ende hatten wir ein Minus von 3,7 Prozent für den deutschen Leitindex. Heute also das Thema Stabilisierung. Wir waren auch erst einmal etwas freundlicher gestartet, haben im Tagestief dann aber sogar unter der 12.100-Punkte-Marke gelegen, um die jetzt zurückzuerobern. 12.124, der Stand ein moderates Minus, also von 0,4 Prozent. Das ist schon nach wie vor Stabilisierung, was wir hier sehen. Wir verarbeiten jetzt erst einmal diesen Kursrutsch von gestern. Vor allem lag das ja an diesen doch sehr deutlichen Verlusten bei dem Papier, dem DAX-Schwergewicht SAP, immerhin fast 22 Prozent. Die Aktie am Ende im Minus. Heute war die übrigens auch noch mal schwächer gestartet, hat dann aber in den positiven Bereich gedreht. Ja, und dann ist es Abwarten. Das Thema US-Präsidentschaftswahl, es rückt immer näher. Das Thema US-Konjunkturpaket dann hoffentlich auch, werden vermutlich einige sagen. Ja, und die Corona-Pandemie mit den Neuinfektionszahlen und möglichen weiteren Maßnahmen dagegen. Auch die natürlich hier im Blick. Jetzt der Blick auf die größten Gewinner. SAP, gestern deftiger Verlierer. Heute erst mal wieder schwächer gestartet. Doch dann hat der Mitbegründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner mal eben bekannt gegeben, dass er Aktien im Wert von fast 250 Millionen Euro gekauft hat. Der Vorstandsvorsitzende Klein, der hat dann auch sich mit Aktien eingedeckt, geht fast ein bisschen unter die Meldung, weil das war gerade mal für gut 100.000 Euro letztlich. Delivery Hero vorne, RWE, Merck und FMC. Und auf der Fehlererseite klar, die, die im Rahmen der Corona-Pandemie eh schon auf die Mütze bekommen haben, wie zum Beispiel MTU über 3 Prozent, die Aktien minus Heidelberg Zement, BMW, aber auch die Deutsche Telekom und Allianz geben nach. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Wir sehen uns morgen wieder und schauen uns jetzt mal an, was wir denn so zu bieten haben. Das ist nicht viel und es sah am Anfang tatsächlich ein bisschen besser aus im vorbörslichen Geschäft. Dann haben die Börsen aufgemacht und dann ging es auch schon wieder so ein bisschen dahin. Ich habe ja irgendwo gelesen, oh, es gibt jetzt Anleger, die befürchten, dass wir den Oktober-Crash noch erleben werden, so im Schlussspurt und die sich an die Auswüchse dann im vergangenen Jahrhundert auch noch erinnert haben. Ja, genau. War ja zu erwarten, dass wir irgendwann tatsächlich solche Headlines wieder sehen werden, wenn es dann mal etwas ruppiger wird. Die ganzen Monate davor, die es teilweise auch wirklich am Stück sehr schön nach oben ging, die wurden dann mehr oder weniger ausgeblendet. Aber sei es drum, so funktioniert nun mal das Geschäft mit den Headlines. Schauen wir uns die Einzelwerte an. Microsoft heute nach Handelsende kommen die Quartalszahlen. Und was da erwartet wird? Wachstum. Vor allen Dingen in der Cloud. Und gerade was Asher betrifft, also letztendlich die Sparte, die so bei den Anlegern im Fokus ist, wird schon damit gerechnet, dass die Wachstumsraten hoch bleiben. Also von 44 Prozent im Schnitt rechnen die Analysten 6,1 Milliarden Dollar sollen es dann am Ende werden. Es geht aber auch natürlich um die Nutzerschar für Office 360. Und hier liegen die Konsensschätzungen mittlerweile bei 43 Millionen. Man wird es sehen. Momentan sieht es gar nicht so schlecht aus für Microsoft. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das Unternehmen mit seiner Strategie, mit seinen Geschäftsbereichen absolut in die Zeit passt. Auch in die Corona-Zeit. Wir selbst hier nutzen tatsächlich auch Teams. Beispielsweise soll überhaupt gar keine Schleichwerbung sein, sondern nur zeigen, man muss sich dann in dem Fall natürlich auch verändern, beziehungsweise einfach mit der Zeit gehen. Und Videokonferenzen sind in und wir benutzen das. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es viele andere eben auch tun. Und das sieht man ja auch dann bei Zoom-Video. Also Microsoft momentan am Puls der Zeit mit seinen Produkten und dürfte dann bei einer entsprechend positiven Überraschung, immer das vorausgesetzt, dann vielleicht auch wieder in Richtung der 220, 222 Dollar Marke hier gehen. Wenn nicht, wir haben durchaus noch etwas Platz. Fünf Prozent, die wir hier nach unten haben, bevor diese horizontale Unterstützungszone in Schlagdistanz kommt. Und kennt man jetzt mittlerweile, wenn wir hier das einfach mal so außen vor lassen, diesen Ausbrecher. Wenn wir uns dann mal anschauen, wie sich die Aktie eigentlich bewegt hat in den vergangenen Monaten, sieht man, wie bei vielen anderen Werten auch, es war eher eine Seitwärtsbewegung, wo die Anleger gesagt haben, okay, so diese erste Positive nach Corona, das haben wir dann abgearbeitet. Jetzt schauen wir mal ganz einfach, wie es weitergeht. Und dieses Warten dauert an. Also warten wir auf die nächsten Quartalszahlen. AMD, da brauchen wir momentan nicht warten. Die haben nämlich sowohl ihre Quartalszahlen herausgebracht, als auch angekündigt, Scylinks den Chip-Hersteller schlucken zu wollen. Beides hat durchaus Vorteile. Also zum einen, die Quartalszahlen von AMD waren richtig gut für das dritte Quartal und der Ausblick für das vierte war ebenfalls gut. Für den vierten Quartal rechnet man jetzt mit einem Umsatzanstieg um 41 Prozent. Im dritten sind es noch deutlich mehr gewesen. Das Ganze vor dem Hintergrund, die Gaming-Industrie läuft. Und dafür hat die AMD die passenden Chips im Datencenter-Geschäft. Läuft es auch immer besser. Auch hier hat AMD die passenden Chips. Und jetzt mit der Übernahme von Scylinks soll das Ganze tatsächlich auf das nächste Level gehoben werden. Und dafür greift man tief in die Tasche. Aber, und das war ja die Befürchtung, eine der Befürchtungen war, AMD macht die Fehler aus der Vergangenheit, kauft für teuer Geld letztendlich andere Unternehmen zu, um dann festzustellen, wir haben uns verhoben. Jetzt gibt man natürlich richtig viel Geld für Scylinks aus, 35 Milliarden Dollar, wird der Deal bewertet. Das bewertet den Chip-Hersteller letztendlich mit einer Prämie von 25 Prozent zum letzten Schlusskurs. Das sind noch alte Kurse, können Sie direkt vergessen. Aber das passiert in eigenen Aktien. Also von daher, diese Sorge, dass man die Fehler wiederholt, sind erstmal offensichtlich vom Tisch. Und natürlich geht es für Scylinks hoch. Und natürlich jetzt auch mit den guten Zahlen für Q3 und im guten Ausblick für Q4 geht es auch für AMD nach oben. Der Bitcoin, für den geht es ebenfalls nach oben und Sie sehen es schon, wir hatten den ja letztes Mal wieder mit dabei, haben uns das Ganze angeschaut, aha, jetzt haben wir auch diese Widerstandszone geknackt. Jetzt laufen wir in Richtung der 14.000 Dollar Marke und wenn wir die auch noch nehmen, tja, dann ist eigentlich feuerfrei für einen Angriff, für einen Anlauf auf das Rekordhoch, das ja jetzt schon ein wenig zurückliegt. Und einer der Gründe, also ich denke jetzt nicht, dass es der Grund gewesen ist, aber einer der Gründe, vielleicht auch, weil der Bitcoin so langsam tatsächlich Einzug in unseren Alltag hält, beispielsweise bei PayPal, die gesagt haben, jawohl, bei uns könnt ihr jetzt auch mit Bitcoin letztendlich Transaktionen durchziehen. Und es gibt nicht nur PayPal, es gibt auch noch andere Unternehmen, die sich dem ebenfalls angeschlossen haben, Square, die mittlerweile sagen, Bitcoin ist here to stay und wir brauchen diese Währung und deshalb geht es nach oben. Also die Hoffnung letztendlich hier, dass jetzt dieser Inflection Point erreicht ist. Und wenn man sich das überlegt, wenn Sie sich die vergangenen Jahre anschauen, vor allen Dingen diese enorme Rallye, die wir, ich denke es war Ende 2017, gesehen hatten und wo wir dann wirklich jeden Tag nochmal 50, 100 Dollar drauf und jeder fragte sich, um Gottes Willen ist das jetzt alles teuer und jeder hat gesehen, ah, die Marktkapitalisierung von Bitcoin, also die Summe aller Bitcoins, das ist jetzt so stark gestiegen und alles. Und das fragt man sich mittlerweile gar nicht mehr. Also mir geht es jedenfalls so, ich habe jetzt den Anstieg zur Kenntnis genommen, aber von einer unkontrollierten und nicht mehr zu rechtfertigenden Kursrallye, da bin ich jetzt mittlerweile weit von entfernt. Wir haben, wie gesagt, eine gewisse Zeit jetzt auch gesehen, es funktioniert, er ist da und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, um die Akzeptanz in der Bevölkerung und dann die weitere Verbreitung. Bei Facebook besteht momentan die Hoffnung, was heißt, nein, es besteht nicht die Hoffnung, es gibt Marktexperten, die sagen, der Markt für Online-Werbung hat sich viel, viel schneller erholt, als das zu erwarten war. Kurz nach dem Einbruch ist ja alles zum Erliegen gekommen, alle haben irgendwie ihre Werbebudgets gekürzt und eingefroren. Und natürlich haben die Unternehmen darunter gelitten, das haben die schon mitbekommen, also das haben die natürlich irgendwann in den Büchern gesehen, aha, läuft gerade nicht so gut. Und dieser Markt hat sich allerdings sehr, sehr schnell wieder erholt, viel schneller als erwartet. Und jetzt gehen die ersten Analysten hin und sagen, Moment, wenn sich dieses Wachstum, so wie wir es gesehen haben in den vergangenen Wochen, tatsächlich ausgespielt hat, dann könnten die Schätzungen, gerade auch was die Gewinnentwicklung betrifft, in den Unternehmen deutlich zu niedrig sein. Und das würde eigentlich dafür sprechen, dass wenn am Donnerstag Facebook, Twitter, letztendlich Amazon auch teilweise und Alphabet die Quartalszahlen melden, dass dann tatsächlich positive Überraschungen im Raum stehen. Und die könnten dann natürlich gesammelt für einen frischen Impuls dann auch für die Märkte sorgen. Facebook ist dann natürlich auch ganz vorne mit dabei, aber Twitter auch, die ja schon zuletzt natürlich von den starken Zahlen von Snap profitieren konnten. Und auch hier wird Snap wieder hergenommen und die Analysten sagen, schauen Sie sich an, wie sich die Werbeumsätze bei Snap im letzten Quartal entwickelt haben. Das ist eigentlich schon ein deutlicher Fingerzeig in die Richtung, aha, es geht hier wieder kräftig nach oben. Warum? Für Nio geht es jetzt erstmal kräftig nach unten und das ist auch gut so, weil die Aktie sehr stark, sehr schnell, sehr stark gestiegen ist. Ich habe ein Interview geführt mit einem deutschen Journalisten, der seit vielen Jahren schon in China und dort in Peking beheimatet ist. Und ich sagte zu ihm, was ist denn Ihrer Meinung nach die Technologie, die Sie am meisten im Alltag voranbringt und am meisten auch beeinflusst? Und da musste er kurz überlegen, welcher Teil der Technologie das ist und sagte dann, die E-Mobilität. Also er fahre seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren schon ein E-Motorrad, kein E-Auto, sondern E-Motorrad, weil er sagt, durch Peking kommt man auch sonst überhaupt fast nicht mehr durch. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Das nächste, was kommt, sagt er, autonomes Fahren, das nächste, was kommt, wird der Umstieg weg vom Verbrenner hin in die Elektromobilität sein. Das sind momentan die Themen, die gespielt werden. Also wenn Sie jetzt immer glauben, aha, diese Aktien sind schon sehr hoch gelaufen und natürlich sind sie auch teuer und entsprechend spekulativ natürlich, dann müssen Sie das Ganze vielleicht nochmal in einem etwas längerfristigen Kontext sehen, China ist führend in der Batterieforschung. Sie sind mittlerweile der wichtigste Markt, also nicht mittlerweile, sie sind der wichtigste Absatzmarkt für die E-Autos und von dort her könnte ich mir gut vorstellen, dass sich die Aktien von Firmen wie NIO längerfristig auf jeden Fall auch weiterhin positiv entwickeln werden. Hohe Volatilität, natürlich immer mit eingeschlossen, immer die Möglichkeit, dass es hier mal zu einem doch auch deutlicheren Rücksetzer kommt. Aber wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass diese Werte spekulativ sind. Haben wir noch was dabei? Ja, Beyond Meat, genau. Impossible Foods, das ist der große Konkurrent von Beyond Meat, die haben zwei Dinge angekündigt. Das eine liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, nämlich der Einstieg. Sie wollen bei Milch ohne Milch einsteigen. Nein, das ist jetzt meine Version. Es ist pflanzenbasierte Milch, die letztendlich entwickelt werden soll. Auch da, das kennen wir schon mittlerweile aus den Supermärkten, es gibt ja jetzt Mandelmilch, keine Ahnung, Kasselnussmilch, ich weiß nicht, Hafermilch gibt es ja mittlerweile auch. Also hier sicherlich nur ein weiterer, so der Versuch, in einem weiteren Teilsegment dieses gesamten Marktes irgendwo Fuß fassen zu können. Und das ist halt der große Konkurrent von Beyond Meat. Und dann gibt es natürlich immer sofort, aha, die machen was, könnte vielleicht schlecht sein für Beyond Meat. Das ist so ein bisschen das Storytelling dahinter. Und jetzt hat Impossible Foods natürlich auch noch angekündigt, dass man in Kanada stärker im Lebensmittelhandel expandieren will. Das ist jetzt der Grund gewesen, weshalb es da gestern etwas deutlicher nach unten ging. Das ist übrigens die Begründung von Marktbeobachtern. Meine Begründung ist, gestern ist der Markt gefallen. Und zwar relativ deutlich. Und da hat es halt Werte, die vorher mal eben von 125 auf knapp 200 Dollar gestiegen sind, mal etwas stärker erwischt. Das passiert auch hier längerfristig. Sehr interessant, könnte ich mir weiterhin gut vorstellen. Aber kurzfristig bleibt die Geschichte natürlich einfach sehr riskant. So, das sei es gewesen. Mal schauen, ob sich die Märkte heute tatsächlich ein bisschen erholen können. Dann vielleicht eher in Richtung Abendstunden raus. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh wieder mit den Märkten. Am Morgen bis dann. Gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020